Während unseres letzten Urlaubs in der Sächsischen Schweiz besuchten wir den Amselfall, der etwa einigen Kilometer möglich der Bastei liegt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Floss wurde im 19. Jahrhundert über die Höhlendecke zur heutigen Absturzstelle hingeleitet. Der Wasserfall ist zudem mit einer bedienbaren kleinen Wehrschütze hergerichtet. Und gegen die Gebühr von 30 Cent kann man dann einen Wasserschwall auslösen, der dann mehr einem Wasserfall ähneln. Nee, nö. Wenn es so schön war, der Amselfall nochmal hier mit halber Verschuldung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.